Was geht? Ich hoffe, wir sind jetzt in einem Video mit Anne! Was geht, Alfa? Wo sind wir denn hier? Wir sind auf einem einzigen Spektrum-Lucky-Block hier gelandet. Oh nein, Anne, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, Alfa. Wir müssen hier runterkommen. Ich habe Angst, dass du so tief da bist. Wie runterkommt? Da unten ist, glaube ich, gar nichts. Lass mal probieren. Warte, ich probiere es. Let's go! Hörte! Ich glaube, du wirst noch nicht weg. Ah, nein! Da unten ist gar nichts. Oh, das heißt, wir müssen es hier schaffen, irgendwie hier lebende Base und alles aufzubauen. Das wird richtig schwer, glaube ich. Wenn wir die Lucky-Block abbauen, dann fallen wir runter. Oh nein, ich habe gerade ein Eis bekommen. Das bringt mir aber nichts. Und ich glaube, wenn wir draufgehen, verlieren wir sogar alle Items. Das heißt, es wird richtig schwer. Erstmal müssen wir dafür nämlich sorgen, dass wir unsere Items hier richtig... Ja, die Blöcke! Nein, hätte ich die bekommen. Hätte ich die platzieren können. Schade. Oh, die war so nützlich gewesen. Och Mann, und da waren wieder Blöcke. Okay, Leute, merkt auf jeden Fall, wir müssen hier schon mal eine Taktik kriegen. Wir müssen hier ganz vorsichtig abbauen. Du kannst hier, glaube ich, abbauen, dann bleibe ich drauf, Ento, oder? Okay, und ich hüpfe und du sagst dann die Blöcke, wenn welche kommen. Ich habe nur ein Schwert bekommen. Oh nein, das wird so lange dauern. Oder man kann auch ganz vorsichtig hier ein bisschen springen und dann... Ey, du hast dich runtergeschubst, Mann! Leute, ihr merkt, das ist ein richtig hartes Challenge. Ich dachte, das wird ein richtig einfaches Video. Ich springe und... Ja! Nein, aber ich habe nur diese Nägel bekommen. Die können wir platzieren, aber die machen nur Schaden, Leute. Die bäuch ich lieber ab, oder? Warte mal, ich habe eine gute Idee. Eine gute Fallenidee. Hört, ich spon mal! Nein, das ist ein bisschen geboren, das wäre gar nicht schlau. Hört, das würde ich niemals tun. Ah, Bro! Einfach, das war so... Nein, das war schlecht. No way! Okay, jetzt versuch du mal wieder einen abzubohren. Ich versuche das Item zu fangen, falls sowas kommt. Let's go! Oh, die Blöcke da unten müssen leider abgemacht werden, Leute, weil die zählen nicht. Das sind diese Grabblöcke. Oh, oh Mann, hier kommen teilweise so gute Items. Aber, oh, hier habe ich mal was behalten. Sehr gut. So, weg damit, Auntin. Wir müssen es irgendwie schaffen. Komm schon, eins. Nein, da waren Blöcke. Aber was ist der Blöcke? Das wäre der Moment gewesen. Aber man kriegt doch nicht jedes Mal die Blöcke, Leute. Ihr seht, das ist ganz schwer. So, ich springe auch mal ab und zu wieder. Ey! So, ich stehe jetzt einfach die ganze Zeit an der Seite, Auntin. Viel Spaß beim Abbauen. Oh, nein! So, ein Item haben wir schon mal. Wieso musst du die ganze Zeit drauf gehen? Also, ich habe von mir aus genug Zeit, Auntin. Du kannst dich so oft besiegen, wie du wächst. Mann, Leute, was ist das denn? Du, was, 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 was? Auntin, du schaffst das schon. Glaub an dich. Yeah, ich habe Blöcke, endlich! Ja! Auntin, ich habe Blöcke. Danke, gute Arbeit, Bro. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier noch unten ein paar Blöcke platzieren, damit wir nicht durchgehend runterfallen. Das muss abgemacht werden, genau. So, ich platziere noch zwei Stück hin und dann versuche ich unter dem Block welche zu platzieren. Und... Ja, einen habe ich platziert. Sehr gut. Let's go, Auntin. Das heißt, jetzt können wir schon mal sicher die Blöcke abbauen. Außer, da kommen gleich TNT oder so. Dann wird es gefährlich. Das ist ein Diamant. Der, der war eine Hydra. Ja, Auntin, wir können leider noch nicht alles aufheben. Wir brauchen noch mehr Blöcke, damit wir andere Spitzacke, damit wir alles behalten können. Ich habe eine Säge gekocht. Auntin. Oh, ich habe noch mehr Blöcke bekommen. Was soll das einfach? Warum hauft mich runter? Ich weiß nicht, Auntin. Ich wollte einfach mal testen, ob es funktioniert. So, wir haben aber neue Blöcke bekommen. Auntin, nicht recht. Bin ich mal da drauf? Ich störe mich nicht da drauf. Warum soll ich da drauf? So, und jetzt. Tschüss. Oh, zu gut lebe ich noch, Auntin. Du kannst mir gar nichts. Ich bin unbesiegbar, Auntin. Wirklich. Echt? Auntin. Lass es. Komm schon. Bitte, ich muss wieder hochfliegen. Bitte. Ja, es geht. Komm her, Auntin, Mann. Das war's mit dir. Hau ab, Auntin. Warum bist du so frech, Mann? Weil du so frech zu mir warst. So, jetzt sollten wir auch alle Items kriegen. Gebt meine Dias, Ente. Ich habe eine Kettensäge. Ich sage dir ehrlich. Ich habe das hier. Jetzt kann es hier wie Spider-Man die ganze Zeit rumschwingen. Das ist auch cool. Nein, oder doch nicht. Tschüss. Let's go, Leute. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, ich habe diesen Lucky Block hier selber programmiert. Deswegen, ich bin gespannt, was wir heute so rauskriegen. Und wir testen den Lucky Block noch mäßig. Oh, die Blöcke müssen wir platzieren, Ente. Gut. Das heißt, das hier bauen wir wieder ab. Oh, das kann man nicht mehr abbauen. Das dauert richtig lange. Oh, nein. Egal. Dann machen wir weiter auf. Hier kommen schon noch mehr Dias Erdblöcke. Nice. Mach schon mal die Insel hier von uns größer, Ente. Dann wird sie richtig nice. Ja, aber die haben schon viel mehr Items bekommen. Ja, ist so. Ente, Bro, willst du dir vorne ein Haus bauen eigentlich? Guck mal, hier ist genug Platz für dich. Guck mal, was ich brauche. Ente, mach das nicht. Bitte. Ey. Du wirst sehen, Ente, was du davon hast. Warte, Bro. Oh, das sind wir noch ein, Alfa. Ich sag dir ehrlich, Ente, du denkst, du bist sicher hier auf der Erde, oder? Du denkst, du bist doch sicher. Hä? Du bist nicht so sicher, hä? Du bist nicht so sicher. Ja, ja, die fallen... Ich bin wieder da. Ey. Auf dich zu teleportieren. Ich brauche die Items. Das Wettel machen wir spät. Ey, Mann. Der kann sich teleportieren. Das ist sehr krass, Alfa. Er hat die Ender-Soul-Hand bekommen, aber die funktioniert nicht für immer, Ente, glaube ich. Ha? Jetzt sind wir nicht mehr auf meinem Ender-Panion. Genau nicht mehr. Sehr gut. Jetzt hat Ente nichts mehr, Leute. Wollen du mich gleich angreifst? Ich bin, Alfa. Frieden. Sicher? Ja. Ente, Bro. Wirst du jetzt erst mal die Landschaft größer machen? Ente, Bro. Geh mal kurz hier lang, Kumpel. Schau dir mal in die Erde an. Das ist eine Falle. Da bin ich gerade schon selber reingetreten. Das ist keine Falle. Eine sehr gute Falle ist das, Leute. Die ist so gemein. Die ist so. Aber es funktioniert schon mal. Die Insel wird... Halt doch, Alfa. Ich habe auch einen Blammenwerfer. So, her mit der Waffe. Du darfst keine Waffen hier haben. Du bist zu gefährlich. Okay, okay. Du hattest... Beruhig dich. Schau mich nicht runter. Jetzt kann ich Spider-Man sein. Let's go, Spider-Man. Spider-Man. Und wie komme ich hier hoch? Nein. Meine Items. Wir müssen auf jeden Fall gleich eine Kiste craften, Ente, wenn wir Holz kriegen. Wer hat die ganzen Fallen hier platziert? Die Fallen dauernd. Hör einfach runter. Wirklich, Ente. Oh, Alter. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, soll ich? Warte, warte, warte. Soll ich? Oh, nein. Warte mal. Die ganzen Blöcke da. Du fährst unsere ganze Insel weggesprengt, Alter. Das war nicht schlau. Nein. Es ist wirklich was alles weg. Ja. Es ist alles deine Schuld. Zack, 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 zack. Ey. Du warst alles kaputt, Alter. Ich sag ehrlich. Du warst alles kaputt, Alter. Ich sag dir ehrlich. Hör einfach. Ja. Heute, was machen wir für eine schwere Challenge? Du weißt schon, wir müssen uns gleich Eintens zusammensammeln, weil wir machen auch später einen Kampf. Deswegen besiege ich dich jetzt schon, damit du keine guten Items verhalten hast. Warte, ich mache jetzt hier eine schöne Insel wieder, Alter, okay? Ich will, dass wir beide schön sammeln können. Deswegen, halt auf uns am Stein. Ich muss hier nur Böcke platzieren, Alter, wirklich. Das funktioniert schon mal sehr gut. Alter, schau dir doch mal da an den Boden an. Ich glaube, das muss noch besser gemacht werden. Nein, ey. Alter, das sind so gute Items. Die wollen dich verheißen. Okay, aber jetzt machen wir Frieden, okay? Ab jetzt. Du lügst mich eher an. Aber jetzt machen wir wirklich Frieden. Vertraue dir nicht, Alter. Oh, oh. Da kommen richtig gute Items raus. Ende. Oh, gut, 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 gut. Komm, 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 komm. Wie krass ist das, Leute? Das funktioniert. Ja, komm, krass, Mann. Hier kommen viel zu heftiger Items. Das ist richtig heftig. Oh, 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 okay. Wir haben schon mal mehr Blöcke. So, let's go. Lass die ganze Erde platzen. Wir brauchen jetzt erstmal eine ganz große Insel. Hör, Alter, mach nicht so viel auf. Ich habe 35, krass, Blöcke. Beziehe Blöcke fürs Team. Bitte nicht alleine, Ents. Wir sind ein Team. Wir haben es schon vergessen. Ja, ich baue doch jetzt schon. Beruhig dich doch mal. Ich mache doch. Ich mache doch. So, sehr gut, Ente. Weiter so. Denk nicht dran, mich irgendwie runterzuschubsen, Ente. Das bringt überhaupt nichts. Mach ich nicht, Alter. Okay, Ente. Ey, die Kinder in der Chest packen. Ich wollte gleich an. Ja, aber ich packe jetzt meine Items in die Ender Chest. Nein, Ente, du brauchst das nicht. Das wollen wir. Hey, du kannst die auch noch benutzen. So, stimmt. Und ich packe alle meine OP-Items in die Ender Chest. Machst du auch, oder? Ja, ja, die Ender Chest lassen wir, okay? Ja, die lassen wir, Ente. Ich würde die niemals abbauen, Bro. Hey, du brauchst die gerade ab. Hörte. Okay, 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 okay. Du brauchst die Ender Chest ab. Du wolltest nicht an meine Items angreifen. Das ist nicht. Nein, Alter, ich baue die nicht ab. Ich werde die nicht ab. Aber du kannst mir vertrauen, Bro. Vertraue dir gar nicht, Alpha. Ich muss auch ein paar Sachen hier reinpacken. Will, du brauchst es jetzt ab. Jetzt kann ich ein bisschen fliegen, Alter. Jetzt kannst du mir gar nichts mehr. Hey, du kannst mir gar nichts, Alpha. Hey, das ist ein Jetpack. Geh mal her. Hä? Hey. Ich wollte nicht kämpfen, wirklich. Ich würde dich niemals angreifen. Hä? Du wolltest mich angreifen, dafür. Jetzt reicht es mir. Hörte, bitte. Nein. Das ist alles. Perfekt. Dann geht das Schild weg leer. Aber das kann ich unendlich fliegen, Leute. Komm schon. Kannst du nicht, aber ich kann dich trotzdem noch anzünden. Ich danke euch ehrlich, es wird eine Harte-Challenge. Hörte. Ich glaube, ich bin ein Zoll vor. Wehe. Okay, zufrieden, Frieden, Frieden, okay? Jetzt wieder Frieden, oder was? Du wirst sie denn hier. Ich finde, jeder braucht seinen eigenen Lucky Block. Wir sind hier zu frech. Wir müssen uns aufteilen. Wir haben aber nur einen Lucky Block. Leute, jetzt habe ich einen eigenen Lucky Block. Ich halte Abstand von dir. Ja, Vater, kannst du auch bleiben da drüben. Würde ich platt machen, ich sage dir ehrlich. Mach dich platt, du wirst sehen. Du denkst, du bist stark. Du musst aber gar nichts. Du bist nur eine Ente, die quietschen kann und Quack macht. Ich bin mir sicher, einmal muss ich noch drauf gehen. Aber jetzt können wir weiterfahren, Leute. Ohne Ente. Ohne Ente und ohne Ende. Weißt du, was ich jetzt mache? Oh, Ente, was hast du da? Schön ist. Gar nichts. Ente. Es geht doch nicht los. Bro, bleib weg. Stark. Bleib weg, Ente. Au. Oh, das gibt es stark. Bauf, bauf, bauf. Sehr gut. Oh, guck mal, was ich hier bauen kann, Ente. Was ist das? Eine Chicken Farm. Hä? Und hier. Ich habe sie gebaut. Guck mal. Hier ist der Ente. Das ist wie mein Platz. Unfair. Hier ist der Ente, das ist eine Sauerfabrik. Gar nicht gut. Ich muss sie aufholen. Ich muss sie niemals aufholen, Ente. Ich glaube, das wird schwer für dich. Ich sage dir ehrlich. Hey, du platzierst in Lava, bleib lucky klein. Hau auf damit. So, dann ist es. Alles ist voller Lava. Sehr gut. Wir können jetzt das aufbauen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Holz mit einer Kiste, damit wir mal sortieren können. Ihr seht schon, in dem Lucky Block gibt es so heftige Items. Hey, das ist. Und dann jetzt Lava, Alfa. Du bist frech, Ente. Und dafür, weil du frech bist, gibt es jetzt ein Kamehamee heute. Kamehamee. Wo bist du? Ich bin abgestürzt. Sehr gut. Das heißt, du musst neu verarbeiten. Das kriegen wir schon mal alles. Sehr gute Items. Hey, ich lasse dir noch deine Einheit. Es ist einfach Holz. Yeah. Let's go. Und ich habe ja hier noch Holz. Sehr gut. Okay, Alter. Wir haben jetzt noch ein Bett bekommen. Oha. Du weißt, was das bedeutet. Wir müssen es gleich passieren. Und wir machen dann gleich ein Bettwurst-Bett. Let's go. Ich mache dich fertig, Alfa. Das wirst du im heutigen Video nicht schaffen. Weil ich habe jetzt schon mal eine richtig gute Base. Oh nein. Ich muss mein Bett besser verstecken, Leute. Ich möchte dich eigentlich richtig krass im Bett was besiegen können. Und ich glaube, ich habe schon ein gutes Versteck. Und zwar einfach hier. Der wird das Bett niemals finden, Freunde. Ich sage euch ehrlich. Komme ich hier mal sicher raus? Yeah. So, Leute. Jetzt hier noch ein bisschen platzieren. Dann hier ein bisschen zumachen. Ich werde das gewinnen. Ich sage dir ehrlich. Wirst du nicht gewinnen, Alfa. Ich bin krass. Ich würde deine Base noch sicher bauen, wenn ich du wäre. Ich baue die noch sicherer. Ich weiß ja nicht. Bis jetzt sieht die noch richtig nubig aus. So, Leute. Wirst du noch eine Kiste craften? Zack. Hier dran machen. Jetzt haben wir eine große Kiste. Lass dir einfach erstmal alles reinpacken. Die OP-Sachen nehmen wir mit, falls Ante angreift. Und jetzt wollte er Lucky Block aufmachen. Oh, Ante. Was geht, Alfa? Ja, bist du bei mir? Ja. Warum? Das geht noch nicht los. Nicht mal items killen. Hey. Mein Haus bricht da einfach rum. Wie machst du das? Ja, Alfa. Ich weiß nicht, wie das geht. Hey. Du hast diesen Block der Platzi, diesen Gravity Block. Ja. Deine ganze Base stirbt zusammen. Lass dir es. Zeig dir, du Vogel. Ich bin bei mir der Base, Alfa. Hier. Echt? Zeig mal, Ante. Komm her. Das machen wir dir. Oh, einmal dreifeln. Hey, beruhig dich. Ich habe noch eine zweite, Ante. Zeig dich. Ich bin hier, Bro. Ich mach dich plat. Ich meinte erst, Mann. Sollen wir den besiegenen Vogel? Immer noch nicht. Ante, lass es. Das muss nicht sein. Oh. Nimm die Lava-Ballons noch. Oh. Du wirst sehen. Du hast mein ganzes Haus kaputt gemacht. Ja, ich habe meine Gravitationsblöcke bei dir platziert. Wo ist der Block? Wir sind zerstört. Bin ich so eh nicht. Da vorne ist der, Leute. Den Block werde ich jetzt erst mal zerstören. Und der macht meine ganze Base kaputt. Ich mach dich kaputt. Ante, es geht noch nicht los. Ach so. So, der Block ist erst mal ab. Da kann mir gar nichts mehr. Ist okay, Ante. Mit der Niederlage kann ich leben. Jetzt muss ich mein Bett wieder neu platzieren. Dankeschön. Was geht, Chickens? Leute, würde ich sagen, kommt das Bett diesmal hier hin. Das verstecken wir hier. Ante, hast du dein Bett auch schon platziert? Mein Bett ist schon platziert, Alfa. Sehr gut. Meins steht jetzt auch. Das wirst du niemals finden. Ich sag dir ehrlich. Was wirst du niemals finden? Aber jetzt erst mal, Leute. Brauchen wir bessere Items. Ich glaube, Ante ist bis jetzt viel zu stark. Hör auf damit. Moment. Ich bin viel krasser als du. Leute, man kann ja nämlich die ganze Spectreit-Rüstung kriegen, weil das ist ja der Spectreit-Lucky-Blanc. Schwerterbögen und so weiter. Deswegen müssen wir hoffen. Warte, ist die Kiste? Die Kiste ist, glaube ich, auch weg. Nein. Warte, sind da auch Items drin? Oh, ich kann mein Bett sichern, Leute. Das ist sehr nice. Ich glaube, ich würde das eindeutig gewinnen. Das passieren hier überall hin. Ihr wisst, glaube ich, was passiert, wenn man hier drauf tretet. So, unser Bett ist schon mal geschenkt. Warte, bist du gleich bereit für das Bett-Wars-Bettchen? Bin da rein, Alfa. Jetzt schon. Warte noch nicht. Ich habe die Frage gleich. Bin gleich bereit. Okay, gut. Lass uns hier noch wirklich versuchen, ein richtig krasser Item zu kriegen. Komm schon, wo ist es? Nein, ist runtergefallen. Bitte nicht. Noch mehr fallen. Obwohl nur eine. Geht besser, Leute. Komm schon. Wow, damit kann ich richtig schnell abbauen. Und was geht denn hier? So kann ich richtig schnell fahren. Würde ich sagen, mache ich hier die Base erstmal ein bisschen sicherer, damit die Items alle oben bleiben und nicht mehr runterfliegen. Und dann werden wir das gewinnen, Leute. Gegen unseren Erzfeind. Und. Was geht? Ich mache dich platt. Hör auf, wieso hast du denn? So, und. Oh, Bedrock-Blöcke. Damit können wir gleich das Bett zubauen. Let's go mit dem Farm. Wir brauchen richtig gute Items. So, Propellet können wir auch nehmen. Können wir fliegen ein bisschen. Die Enders-Hool-Hand will ich aufheben. Alle kriege ich nicht hin. So, da haben wir die in der Hand. Dann können wir teleportieren. Jetpack könnten wir noch gebrochen. Haben wir auch. Anziehen. Oh, Leute. Ihr seht schon gerade, was es hier so Items im Lucky Block gibt, Leute. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht alles. Wir sehen noch, was hier alles rauskommt. So, Goldäpfel brauche ich noch da vorne. Die Bazook. Hehehe, Alter, bist du bereit? Ich bin bereit, Alpha. Bist du dir sicher? Ja, ich bin bereit. So, nur noch die Goldäpfel. Und dann kann es losgehen. Da habe ich die Goldäpfel. Okay, Hinti. Ich mache dich blind. Mach dich blind, Alpha. Mach dich auf jeden Fall schon mal gefasst auf einen richtig krassen Lose. Wieso landet die nicht? Oh, ich bin auf dem Dach endlich ready. Ich auch. Let's go. Let's go, Bro. Komm her, Mann. Let's go, Alpha. Oha. Lass dich blind, Mann. Mach dich blind. Zack, zack. Würdest du lieber eine krasse Base bauen sollen? Weil ich mache die jetzt kaputt. Ich mache deine kaputt mit meinen Gravity. Ey, ich habe wieder ein sehr lachsers. Bonus ab. Zuck, es ab. Mit dem Block hier zerfetzt sich alles. Warte, lass das. Ich mache den Bett rein kaputt. Verlegen alles. Oh nein, mein Bett bitte nicht. Mein Bett kaputt machen. Mit Feuer, Alpha. Oh, oh. Das wird sehr krass geholfen der Kampf hier. Möte. Hab ich noch einen anderen Bogen gesehen. Und Gips an Triffe. Und vor Laser. Ey, lass es. Ich kann gleich nicht mehr fliegen. Ich muss aufpassen. Wo ist dein Bett, Alpha? Musst du suchen. Bist du dir mal ein Gips, der gleich... Oha, du machst mir so viel Schade hier. Schade. Dann suche ich einfach der Bett so und zack. Dann lass es nicht so kaputt machen. Nein, das ist unfair. Macht das dir Schaden? Nein, das macht dir gar keinen Schaden. Komm schon, ich muss treffen. Feuer Bombs. Ja, flieg runter, Bro. Du kannst immer noch fliegen. Oh, oh. Gar nicht gut. Zack. Die Blitze. Ich glaube, ich muss in den Nahkampf, weil ich kann gleich nicht mehr lange fliegen, Leute. Oha. Oha, oha. Gold, dappel, gold, dappel. Komm schon rüber. Komm. Ender, Suhent. Hör dir nicht abhauen. Keine Angst. Nehm den Block hier. Oder den. Oder den. Die Ender, Suhent, brauche ich gleich auch, Leute. Ich muss mich gleich irgendwann teleportieren. Alter. Mann, was ist das für ein krasser Kampf? Ich dachte, es wird einfacher. Ich sehe nichts. Jetzt kommt das hier durch. Ich sehe nichts. Oh, oh. Wo bist du? Irgendwo. Drauf gegangen, Ente? Ne. Nehm mal ein Dreifachbogen. Dann nehmen wir halt das hier, Leute. Und Angriff. Ich kann nicht mehr fliegen. Komm schon. Ender, Suhent. Oh, oh. Oh, oh, oh. Leute, ich war mein Problem. Warte nicht mal mit der Baum. Bitte, Bro. Doch, der Bett ist jetzt mal. Ich will nicht nur einfach. Ich suche es nämlich noch. Wo ist dein Bett? Oh, nein, Leute. Ich glaube, wir sind am Ende. Komm schon, Lucky. Mal grenze mich irgendwie. Wo ist dein Bett? Ente, lass hier. So lange, zeig wie du willst. Ich lass dich so lange das Bett suchen, wie du willst, okay? Hä? Oha, ich hab grad Schadenbekommen von was? Ich greif dich an, Ente. Ich mach nix. Wirklich. Ich bin friedlich. Wo steckst du einfach? Nirgendswo. Kann ich mich hier drin verstecken? Ente, bitte. Wo ist dein Bett? Ja, im Haus. Im Haus, Ente. Hol sie. Echt? Im Haus? Aber wo? Ja, ich hab's dann zugebaut. Nimm den Blöck hin, Mann. Hier ist doch kaum noch was übrig. Das ist der. Das meint steht der. Das sieht man von der Seite. Hä? Wo denn? Hä? Los abbauen, Bro. Ich lass dich. Oha, echt jetzt? Was ich bei uns jetzt Spitznacken darf? Let's go. Das wäre mal ein Riesenproblem. Ich kann nicht mehr fliegen, Mann. Oh, oh. Ente, Bro, hast du abgebaut? Au, au. Nein, nein, hey, nein. Ja, nein. Ich hab meine Items. Ich hab alles verloren. Ich hab alles dabei. Oh, oh. Du hast noch einen Enerchess, oder? Ja, aber ich hab dich gespart. Sehr gut. Jetzt muss ich deinen Bett schnell finden, Ente. Wie, hä? Wo ist der Bett? Ente, muss ich jetzt aussuchen. Ich muss die Items holen. Schnell. Das ist eine bessere Idee. Was ich dein Bett finde. Und zwar so. Zink. Oha. Wo ist dein Bett? Äh, was geht, Bro? Ach, da ist dein Bett. Da nicht, nein. Hey. Oh, du hast was runtergefallen. Komm schon, wir kommen hier ans Bett, Jens. Oh, Leute. Ich glaub, ich kann nur das hier benutzen, oder? Funktioniert das? Ente, noch lebst du. Ah, hier, ich hab die Bett auf die Schmutzhacke. Ja, Bett, du gehst da durch. Kaputt. Ente, dein Bett. Ente, dass dein Bett in Ruhe kommt. Sprich runter. Ente. Ich hab mein Bett in der Hand. Mein Bett steht doch, oder? Ich glaub, mein Bett nicht mehr. Das heißt, ich muss ihn nur noch einmal besiegen, und dann ist es vorbei. Oh nein, hier fällt alles runter. Ganz gut. Alle Blöcke verfallen. Nein. Ja. Aue. Und hier ist das Geschäft. Aue. Und mein Bett stand sogar immer noch. Leute, lasst ein Abo, falls ihr keine weiteren Videos hier von meinem Kanal verpassen wollt. Lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut bei uns vorbei. Und ich sage Tschö. Ciao.